Dravidamund Rekangjagam ist eine Regionalpartei im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Ihre grundlegende Weltanschauung ist der Rationalismus. Ursprünglich kämpfte sie für einen unabhängigen Tamilenstaat. Heute beschränken sich ihre Forderungen aber auf die Bewahrung der besonderen tamilischen Identität und Kultur innerhalb der indischen Nation. Soziale Gerechtigkeit und die Überwindung des von Brahmanen dominierten Kastensystems stellen ebenfalls zentrale Konzepte der DMK dar. Geschichte Die DMK entstand aus der Dravidar Kaujagam, einer politischen Vereinigung, die sich während der britischen Kolonialherrschaft mit dem Ziel der Schaffung eines unabhängigen Dravidenstaates auf dem Boden südindienst und der Überwindung des aus Sicht der dravidischen Bewegung vom indiarischen Norden aufgezwungenen, stark hierarchisch geprägten Gesellschaftssystems gegründet hatte. Nach der Unabhängigkeit Indiens wurde innerhalb der Dravidar Kaujagam die Forderung nach der Umwandlung der Vereinigung in eine politische Partei, die sich an Wahlen beteiligen sollte, laut der sich der DK-Führer e.V. Ramasame jedoch widersetzte. Zudem hielten viele D-Bewegungen hervorwiegend tamilischen DK-Anhänger die Schaffung eines einheitlichen Dravidenstaates für nicht umsetzbar und verlegten sich zunehmend auf einen unabhängigen Tamilenstaat. C. N. Anadurai, einer der Hauptgegner Perias, gründete am 17. September 1949 mit seinen Anhängern die DMK als politische Partei. Nachdem der Bundesstaat Madras 1956 nach den Sprachgrenzen des Tamil neu geordnet worden war, stieg die DMK zu dessen wichtigster Oppositionspartei auf. Gleichzeitig war mit der Schaffung eines tamilischen Staates, wenn auch innerhalb Indiens, eines der Hauptanliegen der DMK erfüllt worden. Anstelle eines unabhängigen Staates strebte die Partei nun vor allem die Bewahrung der tamilischen Identität und Kultur an. Dieses Anliegen erhielt durch das Vorhaben der indischen Zentralregierung, das indwarische Hindi als alleinige Amtssprache einzuführen. Zusätzlichen Aufwind, die von der DMK in Madras organisierte Anti-Hindi-Bewegung der 1960er Jahre ist bis heute beispiellos in Indien. 1967 konnte die Partei in den Wahlen zum Regionalparlament einen deutlichen Sieg über die Kongresspartei erringe nach Christus. N. Anadurai wurde als Chief Minister vereidigt. Noch im gleichen Jahr verfügte er die Umbenennung von Madras in Tamil Nadu. Ein entsprechendes Gesetz trat nach Zustimmung der Zentralregierung am 14. Januar 1969 in Kraft. Nach dem Tode Anna de Reis im Jahre 1969 übernahm M. Karunanedi den Parteivorsitz sowie das Amt des Chief Ministers. Innere Auseinandersetzungen über seine Parteipolitik führten 1972 zur Abspaltung der AIA-DMK, die 1977 ihre Mutterpartei überflügeln konnte. Erst 1987 gelang der DMK wieder ein Wahlsieg. Seitdem stellte sie im Wechsel mit der AIA-DMK die Regierungen Tamil Nadus. 1994 spaltete sich die MDMK von der DMK ab. Abschneiden bei den Parlamentswahlen in Tamil Nadu. Aus den 13 Parlamentswahlen im Bundesstaat Tamil Nadu seit ihrer ersten Teilnahme 1957 ging die DMK fünfmal als stärkste Partei hervor. Davon viermal mit absoluter Mehrheit im Einzelnen sind die Wahlergebnisse wie folgt. A. 1957 war die DMK noch nicht offiziell als Partei anerkannt. Die DMK-Kandidaten nahmen nominell als Unabhängige an der Wahl teil. Liste der DMK-geführten Regierungen in Tamil Nadu.